Kann der Aktienmarkt in Summe steigen, wenn nur wenige Unternehmen den Anstieg getragen haben bisher? Und was bedeuten die hohen Zinsen für die künftige Aktienrendite? Wenn dich diese Fragen beschäftigen, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir wollen heute mal über die aktuelle Marktsituation sprechen, die es ja durchaus in sich hat. Wir haben Hypes im Technologiebereich. Wir haben einen steigenden Aktienmarkt, der eigentlich nur von wenigen großen Unternehmen getragen wird. Wir haben aber auch hohe Zinsen, die eigentlich eher gegen steigende Kurse sprechen. Und das Ganze erkennt man auch sehr schön, wenn man mal den Nasdaq 100 anguckt, der alleine seit Jahresbeginn um die 30 Prozent zugelegt hat, sogar ein bisschen mehr als das und vor kurzem sogar noch mal ein bisschen stärker war, nachdem es ja vorher stark zurückgegangen ist. Und das wurde sehr, sehr stark getrieben von großen Technologiekonzernen wie hier zum Beispiel NVIDIA, die seit Jahresanfang knapp 170 Prozent zugelegt haben, seit Oktober sogar noch ein bisschen mehr. Und wenn man da noch mal ein bisschen breiter schaut, dann sieht man ja, das ist durchaus hier in dieser Marktkarte vom S&P 500 gerade die großen Technologiekonzerne. Apple 37 Prozent, Microsoft 35 Prozent, NVIDIA, wie gesagt, so um die 160, 170 Prozent, Broadcom 40 Prozent, AMD 82 Prozent, Salesforce 55, Facebook 120 Prozent, Alphabet 40 Prozent, Amazon 44, Tesla 82 Prozent. Wir sehen gerade vor allen Dingen eben die großen Konzerne, natürlich auch ein paar kleinere, aber eben vor allen Dingen die großen Konzerne, die tragen im Moment den Markt nach vorne, während die breite Masse eher hier so durchwachsen aussieht, teilweise sogar im Minus. Eine Thermo Fischer oder eine Denner her, minus 5, minus 10 Prozent. Wir sehen hier den Bankenbereich, der eher hier so ein bisschen schwierig aussieht. Auch der gesamte Bereich Versorger, Energie, alles so ein bisschen schwierig und schwach. Und wir sehen eben hier, dass gerade der Markt von wenigen großen Konzernen getrieben wird. Und dementsprechend fragen sich viele Anleger im Moment, kann das denn so weitergehen, dass diese starken, großen Technologiekonzerne einfach so weiter nach oben laufen? Wie sieht es überhaupt aus, wenn der Markt von nur wenigen Aktien getragen wird? Ist das dauerhaft gesund und kann das so weitergehen? Die meiste Antwort ist nein, aber wir gucken uns das heute mal mit Statistiken an, wie das in der Vergangenheit auch war. Und was ist denn eigentlich, wenn die Zinsen so hoch sind wie schon lange nicht mehr? Dadurch müssen doch eigentlich die Aktienrenditen künftig niedriger ausfallen. Diesen Themen wollen wir uns heute mal widmen und wir starten mal mit dem ersten Thema Hypes und Trends. Denn wenn man sich Nvidia mal anschaut, ich habe es gerade schon gesagt, rund 167 Prozent seit Jahresanfang, dann ist das natürlich auch auf Basis eines Hypes im Bereich künstliche Intelligenz. Denkt man aber mal zurück in Hypes wie zum Beispiel die Dotcom-Krise, also vor der Krise der Dotcom-Hype, oder eben auch Wasserstoff-Hypes, Elektromobilität und viele andere Hypes, die es mal so dazwischen gab und die auch immer wieder kommen, auch im Bereich der Impfstoffe zum Beispiel zu Corona-Zeiten, dann sieht man, dass so ein Hype durchaus länger laufen kann, als man das eigentlich denkt. Und bei Nvidia sieht man das auch sehr gut, denn auch hier hatten wir nach dem Corona-Crash ja durchaus einen Hype für diese Homeoffice, Stay-at-Home, neue Ausrüstung, alles, was man so braucht, um technologisch zu Hause gut aufgestellt zu sein. Und da war Nvidia auch schon ein großer Profiteur mit knapp 170 Prozent. Und danach sieht man, ging es erst mal zur Seite und dann weiter nach oben. Also es ist nicht so, dass so ein Hype nicht länger laufen kann, als man selbst für möglich hält, sondern manchmal braucht er vielleicht nur eine Verschnaufpause. Und an dem Punkt sind wir vielleicht hier auch gerade angekommen, was aber nicht heißt, dass es zwingend in sich zusammenfallen muss. Leider weiß man das vorher aber nicht ganz genau. Und es macht durchaus auch Sinn, mal zu solchen Zeitpunkten dann auszusteigen und Gewinne mitzunehmen. Aber man sieht, was hier alles noch möglich ist, wenn man denn einfach mal dabei bleibt. Und übrigens bei Tesla war das kein bisschen anders. Auch hier hatten wir so einen Hype nach der Dotcom-Krise. Und dann sieht man aber auch, wie viel weiter das noch gegangen ist im Nachgang. Und ich hätte jetzt auch noch Beispiele wie Plug Power und andere Unternehmen geben können oder auch so etwas wie Biontech. Es gibt also immer wieder solche Hypes, die laufen sehr, sehr stark und sehr, sehr lange. Und die sind dann auch unabhängig davon, ob das Unternehmen fair bewertet ist oder nicht, sondern es ist einfach ein Thema, was jetzt gerade sehr viel zieht. Wir sind auch bei der künstlichen Intelligenz im Moment eher noch am Anfang eines Hypes. Man sieht, dass so etwas durchaus länger laufen kann. Das hat man auch im Kryptobereich gesehen, wie lange das lief, bevor es dann mal einen starken Rücksetzer gegeben hat. Und das hat auch gar nichts damit zu tun, ob diese Technologie dahinter zukunftstauglich ist oder nicht. Es sind immer solche Anfangshypes. Dann durchläuft das meistens noch mal so ein Tal der Tränen, bevor es dann erst mal wieder die Marktreife findet. Aber dieser Anfangshype, der ist sehr normal und der kann tatsächlich länger gehen, als man denkt. Schaut man sich auch mal die Bewertung von Nvidia an, ist absolut klar, dass das Unternehmen momentan überbewertet ist nach klassischen Bewertungskriterien, auch wenn man sich solche zurückliegenden Kennzahlen anschaut, wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Man sieht aber auch, das war auch nach Corona der Fall. Auch hier waren wir komplett überbewertet, was aber nicht hieß, dass wir der Überbewertung nicht noch weiter überbewertet entgegenlaufen konnten, bevor mal der große Rücksetzer kam. Was ich damit sagen will ist, ja, das kann durchaus auch noch eine Weile so weitergehen, dass große Technologieunternehmen und gerade im Bereich Künstliche Intelligenz, wo wir gerade einen Hype erleben, dass dieser Hype noch mal etwas anzieht. Das Problem ist dann, wenn die breite Masse einsteigt, so wie das zum Beispiel Ende 2021 der Fall war, wo einem wirklich jeder, mit dem man über Börse spricht, sofort auf die typischen Namen zu sprechen kommt, wie Nvidia oder damals eben auch so etwas wie Impfstoffhersteller wie Biontech und CureVac und wie sie alle hießen, die heute wirklich keiner mehr auf der Straße so schnell parat hat, dann wird es eher kritisch. Wir sind aber noch am Anfang dieser ganzen Situation. Viele haben das noch nicht mitbekommen. Viele sind eher noch so im Kater des Bärenmarktes und halten sich eher aus dem Markt fern. Und wir sind aber hier gerade am Anfang etwas, was durchaus noch ein bisschen laufen kann, bevor es dann wahrscheinlich durchaus auch mal wieder sehr, sehr schmerzhafte und starke Rücksetzer gibt. Dementsprechend in sowas kann man durchaus länger drinbleiben, als man denkt. Man sollte aber auch ein richtiges Risikomanagement haben, weil man weiß nie, wann es dann doch in sich zusammenfällt und in sich zusammenbricht. Und man muss auch eine gewisse Volatilität bei solchen Werten aushalten. Das heißt, kann das so weitergehen? Ja, durchaus. Aber man weiß leider nie, wie lange. Und man weiß eben auch nicht genau, wie tief es danach geht. Dementsprechend sollte man da ein klares Risikomanagement haben. Und ich verweise gerne mal auf mein Risikomanagement-Video, wo ich da schon mal grundsätzlich darauf eingegangen bin, wie man mit sowas umgehen kann. Die zweite Frage ist, was ist denn mit der aktuellen Marktbreite? Wir sehen nur wenige Aktien, und das haben wir ja hier gesehen, die wirklich den Markt nach oben ziehen. Und viele, viele Aktien, die das eigentlich eher nicht tun. Das ist doch ungesund. Und das kann doch auf Dauer nicht so weitergehen. Tatsächlich ist es aber genau umgekehrt. Schaut man sich auch mal die Vergangenheit an, dann ist das nicht ungewöhnlich. Es gab immer wieder Phasen, in denen eben nur wenige Aktien eine große Marktkapitalisierung im S&P 500 ausgemacht haben. Das heißt, dass ein paar Werte sehr stark gelaufen sind und das durchaus auch eine Weile gehalten haben. Auch eine IBM war schon mal ein sehr großer Anteil im S&P 500. Sie waren da nicht immer so gut dann im Nachgang. Das wäre auch heute keine gute Investition. Also jede Firma hat auch mal ihr Zenit. Und aus jeder Firma macht es auch mal Sinn, auszusteigen und vielleicht einen Tausch durchzuführen. Aber man sieht ja durchaus, dass das mal 5, 10, 15 Jahre, manchmal auch länger laufen kann, in denen so etwas gut läuft. Auch Apple ist jetzt hier schon eine ganze Weile oben dabei. General Electric war hier auch schon 10, 15 Jahre ganz oben mit dabei. Also man sieht, so etwas kann eine ganze Weile gehen, solange das Unternehmen es auch immer wieder schafft, ganz vorne mitzuspielen. Aber man sieht auch immer wieder, dass es eben eine gewisse Klumpenbildung an der Spitze gibt und gewisse Themen, die dann besonders stark und gut laufen. Und wenn man jetzt hier mal im S&P 500 reinschaut, in die Marktbreite, das heißt, welche Aktien sind denn über dem 200er gleitenden Schnitt, der 200er gleitende Schnitt auf Tagesbasis ist etwas, was sehr, sehr viel Beachtung findet auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wie viele Aktien sind denn eigentlich eher in einem Aufwärtstrend, weil sie müssen schon drüber sein, um überhaupt mal in den Aufwärtstrend zu kommen. Das ist etwas, worauf normalerweise geschaut wird. Ich habe hier mal in der Mitte eine 50-Prozent-Marke eingeführt. Im Moment sind wir so eher bei 54, 55 Prozent, also ungefähr in der Mitte. Und dann würde man ja sagen, naja, die Marktbreite ist nicht so sonderlich hoch. Und das ist richtig. Es ist momentan nicht so, dass der Großteil der Aktien den Markt nach oben treibt. Eher so, naja, 50-50, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht hauchdünn, die Mehrheit. Man sieht aber auch, es ist nicht wirklich eine Minderheit, die momentan den Markt irgendwie zusammenhält oder treibt. Und umgekehrt, wenn man das mal so betrachtet, immer wenn wir aus so einer Phase sehr, sehr niedriger Marktbeteiligung kamen, sehr, sehr niedriger Phasen, wie hier zum Beispiel auch 2020, Corona-Krise, Ende 2018, als die Notenbank mal versucht hat, die Zinsen zu erhöhen, da sind wir auch so in sich zusammengebrochen. Auch hier ganz bekannte Phasen, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008, 2009. Immer wenn wir hier in diesen unteren Bereichen waren und dann nach oben gekommen sind, das heißt, es geschafft haben, aus dieser sehr niedrigen Marktbreite in eher eine moderate bis höhere Marktbreite überhaupt mal zu kommen, so wie im Moment, dann war der Anschluss, diese Anschlusszeit, nach der Finanzkrise, nach eben hier Anfang 2019, auch eine sehr gute Zeit. Dann hier eben auch nach der Corona-Krise, aber auch diese Phasen dazwischen, waren im Nachgang meistens keine schlechten Aktienphasen, sondern es waren Phasen, in denen erstmal gewisse größere Aktien überhaupt den Markt wieder ein bisschen nach oben getrieben haben und im Nachgang kam erst die Marktbreite. Und das kann man auch eben mal sehen, wenn man hier in den All-Country-World-Index reinschaut, das ist hier jetzt auf Basis vom iShares-ETF, hier sehen wir auch, die weltweiten Märkte sehen gar nicht so schlecht aus. Wir kommen hier eigentlich seit Oktober auf immer höhere Kurse, sind hier zuletzt sogar wieder nach oben ausgebrochen, haben wir hier wieder ein neues Hoch gemacht, sind jetzt hier im Prinzip sogar auf einem bald 52 Wochen hoch, beziehungsweise knapp davor. Das heißt auch, die meisten Aktien der Welt kommen durchaus nach oben und wir sind gerade eher am Anfang einer Erholung. Natürlich kann das immer wieder in sich zusammenfallen, natürlich kann immer wieder so ein Black Swan-Event passieren, aber wenn man immer nur sozusagen darauf wartet, dann müsste man tatsächlich im Bunker leben. Und was wir hier sehen, ist durchaus auch eine breite Marktpartizipierung über die gesamte Welt hinweg. Das heißt, es ist also nicht so, dass es wirklich nur eine Handvoll Aktien ist, die das treiben, sondern wir haben es gerade gesehen, es sind schon einige Aktien und es werden immer mehr und umso mehr Aktien das werden, umso mehr treibt es auch den Kurs. Und es gibt hierzu auch Statistiken, die hier zurückgehen, eben bis ins Jahr 1950. Und hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sieht, aber es gibt hier immer wieder grüne Punkte und da sieht man, wie war es denn, wenn die Marktbreite ein gewisses Grad überschritten hat. Das heißt, sie war erst sehr niedrig, so wie sie das jetzt bisher auch war und dann wurden erst viele große Aktien und dann kamen immer mehr kleine Aktien hinterher. Wie hat sich das denn entwickelt? Was man sieht, das waren immer solche Punkte, die danach meistens tendenziell auch eher wieder zu steigenden Kursen geführt hat. Im Durchschnitt war man eben hier zwölf Monate später 20 Prozent höher, sechs Monate später zumindest mal 16 Prozent höher und das eben in ungefähr 90 Prozent der Fälle. Das heißt, wir sind gerade durchaus in einer Situation, wo man sieht, wir sind zwar noch am Anfang eines Anstiegs und die Marktbreite ist noch nicht da, aber das ist nicht ungesund, sondern das ist ein ganz normales Verhalten und das gehört einfach dazu, dass es erst ein paar große Unternehmen sind und dann kommen eben viele Unternehmen hinterher, wenn dann eben mal der breite Markt aufwacht, wenn dann eben auch die Anleger, die bisher eher sehr zurückhaltend sind, merken, okay, da ist durchaus wieder ein neuer Markt, ein neuer Trend im Gange und ich habe ja auch mal ein Video gemacht, verpasse nicht den nächsten Bullenmarkt, verpasse also nicht die nächste Rallye, schau dir das gerne mal mit an, da bin ich auch schon auf so Statistiken eingegangen und bisher hat sich das tatsächlich bewahrheitet und bisher haben sich diese Statistiken immer weiter bestätigt und es hat sich immer wieder gezeigt, dass der Markt durchaus nach oben weiter tendiert und auch hiervon, von der geringen Marktbreite bekommen wir im Moment eigentlich kein negatives Signal, sondern eigentlich eher ein positives, wenn man dann nicht mit Scheuklappen, sondern mit offenen Augen unterwegs ist. Und dann ist aber noch die Frage, naja, macht das dann überhaupt im Moment Sinn zu investieren? Wir haben hohe Zinsen, das ist ja nicht mehr so wie in der Vergangenheit, wo die Zinsen runtergegangen sind nach der Finanzkrise, das muss doch jetzt eigentlich eher schwierig sein für die Aktienmärkte und damit macht es doch eigentlich gar keinen Sinn mehr an der Börse zu investieren. Naja, schauen wir uns da auch mal ein paar Statistiken an. Erstens, wir haben hier tatsächlich natürlich einen sehr, sehr starken Anstieg, gerade wenn wir jetzt hier auch auf Amerika schauen. Wir haben eben hier in leichtem Grau den Zinssatz der amerikanischen Notenbank, der ist jetzt eben hier auch bei 5% mittlerweile angekommen. Wir haben hier die Inflationsraten, die ja durchaus noch höher waren. Mittlerweile haben wir aber auch einen Punkt erreicht, an dem die Zinsraten über der offiziellen Inflation sind. Das heißt, aus der Sicht gäbe es keinen allzu großen Grund mehr für die Notenbanken, die Zinsen noch weiter zu erhöhen, denn sie haben es mittlerweile eben durch den starken und schnellen Zinsanstieg geschafft, die Inflation zurückzubringen, noch nicht komplett einzudämmen, aber zurückzubringen. Das heißt, noch weiter steigende Zinsen sind nicht zwingend notwendig, zumindest nicht mehr auch in diesem starken Aussteigerungsmaßstab. Das heißt, man kann eher davon ausgehen, dass wir jetzt diesen Anstieg der Zinsen hinter uns haben, perspektivisch vielleicht die Zinsen gleich bleiben oder sogar wieder sinken. Also vielleicht sind wir bald, vielleicht nächstes Jahr im Anfang eines neuen Zinssenkungszyklus, was so schlechter dann für die Aktienmärkte nicht wäre, denn die Zinserhöhung wurde jetzt durch den Bärenmarkt letztes Jahr schon verarbeitet. Und schaut man sich mal in der Vergangenheit aber an, selbst wenn die Zinsen weiter steigen würden, was ist denn dann passiert? Dann gibt es hier Statistiken. Von 1950 bis 1981 ist hier zum Beispiel in Amerika die 30-jährigen Staatsanleihen sehr, sehr stark gestiegen. Also wir sehen, wie die auch wirklich über einen längeren Zeitraum, nicht nur über einen kurzen Zeitraum, wie wir es jetzt erleben, sondern über einen längeren Zeitraum eben nach oben gegangen sind. Und wir sehen dann aber hier rechts, wie der S&P 500 auch angestiegen ist. Das heißt, es ist nicht unbedingt so, dass das sich ausschließt, dass sozusagen steigende Zinsen gleichbedeutend sind mit einem schwachen Aktienmarkt, sondern es ist durchaus möglich, dass beides steigen kann. Vielleicht dann auch mal ein bisschen schwächer, vielleicht steigt der S&P 500 dann nicht mehr ganz so stark, wie wenn die Zinsen sinken würden. Aber es ist nicht komplett ausgeschlossen. Und ich habe hier auch nochmal eine eigene Grafik erstellt aus einem anderen Zeitraum und zwar von hier 2012, Ende 2011. Da war hier der Zinssatz der US-Staatsanleihen auch bei 0,18, 0,2 Prozent, also relativ niedrig, ist dann in einem relativ kurzen Zeitraum bis Ende 2018 angestiegen bis hier ungefähr 2,9 Prozent. Also auch hier hatten wir in einem relativ kurzen Zeitraum nicht ganz so schnell wie jetzt, aber durchaus in einem kurzen Zeitraum sehr starken Zinsanstieg. Und was hat der S&P 500 in grün gemacht? Der ist im gleichen Zeitraum ebenfalls gestiegen. Das heißt, wir sind hier auch nach oben gekommen, haben hier gestartet bei ungefähr 1.100 Punkten, waren am Schluss bei 2.700 Punkten, also durchaus ein sehr, sehr starker und guter Anstieg in dem Zeitraum, obwohl die Zinsen gestiegen sind. Also auch hier, das eine schließt das andere nicht unbedingt aus, wenn man hier sich wirklich die Realität anschaut und nicht nur Meinungen bildet, ohne dass man wirklich mal schaut, was in der Vergangenheit denn in solchen Situationen passiert, dann sieht man, es muss nicht unbedingt so sein, dass steigende Zinsen zu fallenden Aktien führen. Nur eben, wenn der Markt ja geschockt wird, wie jetzt das letzte Jahr der Fall war, dass die Zinsen sehr stark gestiegen sind unter einer hohen Inflation, dann ist das natürlich durchaus ein Grund, den den Markt nach unten treiben kann. Aber das muss nicht unbedingt langfristig so sein. Die Vergangenheit zeigt eigentlich eher, beides ist durchaus möglich. Und wir befinden uns aus meiner Sicht im Moment in der Phase, wenn man mal so ein bisschen diese Psychologie des Marktzyklus betrachtet, das ist etwas, was ich auch bei mir im Training mit Teilnehmern bespreche und was ich hier auch schon in anderen Videos mal gezeigt habe, dann zeigt es auch immer wieder solche Hypes und Dürrephasen sozusagen passieren. Wir waren hier Ende 2021 auf jeden Fall in so einem Bereich der Euphorie und da sind wir eben hier durch 2022 durchgelaufen. Das heißt, wir sind hier eben immer weiter nach unten weggefallen und mittlerweile, das ist mir auch aufgefallen, bei vielen, die auch auf YouTube so schauen und auch Kommentaren, die man so bekommt, dass man so im Bereich ist zwischen Kapitulation und Wut, Depression, dass man eben wirklich hier gar keine Lust mehr hat, sich mit der Börse zu beschäftigen. Man merkt das auch, dass die Lust an den Märkten, wenn man sich mit Leuten auf der Straße unterhält, das war Ende 2021, Mitte 2021 noch anders, da war die Lust an Börse, an Krypto, an NFTs noch eine viel größere, da war die Begeisterung, da war die Offenheit für so etwas noch viel größer, wenn man heutzutage mit vielen Menschen spricht und ich weiß nicht, ob dir das vielleicht auch schon aufgefallen ist, wenn du das hier so schaust, dann ist das nicht mehr so, sondern dann wird einfach auch eher wieder depressiv drauf geschaut, naja, die Aktienmärkte fallen, wenn man jetzt einmal so einen Bärenmarkt miterlebt hat und ich glaube, dieser Aufschwung, in dem wir sind, da sind wir vielleicht gerade hier im Bereich des Misstrauens, wo man diesem ganzen Aufschwung noch nicht glaubt und eben hier noch in die Zweifel kommt und dann die meisten erst wieder einsteigen, wenn es hier Glaube, Nervenkitzel gibt, kurz vor der Euphorie, das sind dann da die Punkte, wo die meisten einsteigen und du solltest dich fragen, willst du zu den meisten gehören, die vielleicht eher hier am Ende einsteigen oder es ist vielleicht jetzt doch eine interessante Situation, wenn die Statistiken doch eher dafür sprechen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, keine Garantie, die gibt es an der Börse, aber auch im Leben nie, sondern eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir eher nach oben laufen, als nochmal komplett in uns zusammenbrechen, dass es dann vielleicht doch der richtige Zeitpunkt ist, sich mit der Börse zu beschäftigen und nicht ganz so deprimiert auf die Aktienkurse zu schauen. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob du noch weitere Statistiken dafür oder auch dagegen kennst, die ich vielleicht bisher noch nicht gesehen habe und ansonsten, wenn du sagst, du möchtest aber auch eine richtig ordentliche Strategie, langfristig, qualitativ hochwertige Unternehmen investieren, mit denen du dich selbst in dem Bärenmarkt wohlfühlst, wo du auch nicht so einen starken Verlust erleidest, wie vielleicht jetzt im breiten Markt, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch, dann schauen wir, wo du stehst, ob wir dir da weiterhelfen können, je nachdem, was deine Ziele sind und was deine Ausgangssituation ist und dann können wir natürlich die richtige Strategie für dich finden und dann eben dir auch beibringen, wie du die Ganze umsetzen kannst. Wenn dich das interessiert, melde dich gerne, ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auch schon mal ein bisschen Einblicke gebracht und ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis daheim, mach's gut, ciao.